Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Episode unseres neuen Podcasts. Wir sind die Zündkerzen, denn wir haben zündende Ideen. Und wir sind nicht die älsten Kerzen. Das sagst du. Auf der Torte. Wie hast du es gerade geschafft, den Spruch sowohl besser als auch schlechter zu machen? Jo, in diesem Podcast geht es im Grunde um alles Automobil. Wir besprechen potenzielle Probleme oder etwas, was uns nervt. Oder wir ranten einfach eine Stunde über E-Autos. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Dies ist die erste Episode und meine Gäste heute sind der Uwe. Sag Hallo. Hallo. Und mein Lieblingskomedian, der Bernie. Sag Hi Bernie. Hi Bernie. Ich wusste es. Das war ja aber auch eine Vorlage, weißt du? Ja, natürlich. Alter Vater ey. Jo, ich dachte für die erste Episode, damit wir so richtig schön rein starten können, fangen wir gleich mit einem unserer Lieblingsthemen an. Bernie, du verziehst schon das Gesicht. Wir reden über E-Autos. Ich hab's gewusst. Oh Gott, er fängt damit an. Natürlich. Der Start muss am allerbesten sein. Ja, ich glaube, wie man hören kann an unseren Reaktionen, wir sind nicht die größten Fans von E-Autos. Warum ist das eigentlich so? Ja, wer fängt an? Was? Wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Ja, wenn du schon am Reden bist, dann kannst du ja gleich loslegen. Naja, sagen wir mal so. Elektroautos haben grundsätzlich schon eine Daseinsberechtigung aus meiner Sicht für gewisse Strecken. Er setzt aber aus meiner Sicht nicht den Individualverkehr, wie wir ihn jetzt haben, in dem Maßstab. Also wie viele Pkw haben wir in Deutschland aktuell angemeldet? 43 Millionen, glaube ich, war die letzte Zahl. Wieso ist das? Und 43 Millionen Pkw durch elektrische Fahrzeuge zu ersetzen, also das erachte ich doch als etwas sportlich, weil wo soll der Strom dafür herkommen? Das ist mal eine von vielen Fragen. Die Infrastruktur ist zwar im Aufbau begriffen, aber mir ist nicht ganz klar, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt. Du sagst es im Grunde schon ganz gut. Einfach aktuell geht es noch nicht. Wir wissen nicht, wie es in der Zukunft aussieht. Vielleicht erfindet jemand einen Superkapazitator oder so. Ich kann auch kein Deutsch. Aber man sieht es ja zum Beispiel schon in Norwegen, in Oslo zum Beispiel. Da gibt es schon relativ viele E-Autos. Ich glaube so 30 Prozent oder so der Autos in Oslo sind nur E-Es. Und wenn die halt alle nach der Arbeit gleichzeitig heimkommen und ihre E-Autos anstecken, ja dann gibt es halt zweimal in der Woche oder so einen kompletten 30 Prozent E-Autos allein, also nur Oslo? Nur Oslo, ja. Na gut, wie viele Einwohner haben die? Äh. Genau, danke. Drei Millionen, vier Millionen? Ist nicht die größte Hauptstadt. Also so wie Berlin quasi. Ja, aber es wäre effektiv genau das Gleiche. Wenn wir in München jetzt zum Beispiel sagen würden, okay 30 Prozent E-Autos und dann geht jeder um halb sechs Uhr nach Hause und steckt an, ja, du sagst es, wo soll die Energie herkommen? Dazu bräuchte man Atomkraftwerke. Und ups, die machen wir ja nicht mehr. Naja, der Strom kommt aus der Steckdosis, weiß man doch. Also das kann ich jetzt nicht leugnen. Aber der Strom kommt ja nicht nur über Atomkraftwerke. True, aber Atomkraftwerke sind theoretisch die Kraftwerke, die am meisten Energie bringen und sind eigentlich, wenn man es im Gesamtkonzept betrachtet, ja relativ gut für die Umwelt. Weil das Einzige, was schlecht ist, ist danach das Uran, das du halt irgendwo wieder hintun musst. Aber also die Energieerzeugung selber im Vergleich vor allem zu Kohle, was wir jetzt viel bauen ja als Ersatz, ist halt schon deutlich besser eigentlich. Also in den 80ern, wo es hieß Atomkraft, nein danke, hier wegen Tschernobyl und so weiter. Ja, deswegen haben wir uns davon abgewandt. Aber seitdem hat keiner mehr wirklich darüber nachgedacht, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube nicht. Also nachgedacht grundsätzlich haben sie schon. Sonst hätten sie ja schlussendlich sich nicht dazu entschieden, die Atomkraftwerke zumindest bei uns in Deutschland abzubauen. Naja, jetzt vermischen wir halt mehrere Themen. Also die Frage, die man sich natürlich grundsätzlich stellen muss, der Energiehunger der Weltbevölkerung steigt ja jedes Jahr. Nein, ja. Also ob das in Europa ist, ob das in China ist, wo natürlich auch eine immer weiter fortschreitende, wie sagt man denn, da leben viele Menschen und die haben auch, da steigt der Lebensstandard jedes Jahr kontinuierlich. Also wenn der Lebensstandard steigt, wird auch der Energiehunger größer. Das ist natürlich die Frage, wo will man die Energie hernehmen? Und die soll ja möglichst CO2-neutral erzeugt werden. Also ist Kohle eigentlich ein schlechter Ratgeber? Öl ist ein schlechter Ratgeber, genauso wie Fracking Gas oder LNG oder wie das alles heißt. Also im Endeffekt ist das ja alles so ein Stück weit Greenwashing, was man da betreibt mit diesen neuen Energiemethoden. Also muss die Energieerzeugung möglichst CO2-neutral sein. Punkt. Atomenergie ist CO2-neutral. Grundsätzlich in dem Abbrennen, im Abbau wiederum nicht, aber im Abbrennen dieser Brennelemente ist es CO2-neutral. Nur ist die Technologie, die der Energieerzeugung aus Atomenergie zugrunde liegt, schon sehr, sehr alt. Und das ist eigentlich der springende Punkt. Also die AKWs, die wir in Deutschland vom Netz genommen haben, sind technologisch aus den 50er Jahren, auch vom Reißbrett. Ohne Computer entwickelt, Aspach-Uhr alt. Also das Thema Atomenergie wurde eigentlich nie neu gedacht oder man hat nie nach alternativen Methoden gesucht. Da gibt es ja welche. Aber es ist halt stigmatisiert und deswegen ist es jetzt halt so. So, haben wir nicht mehr. Jetzt haben wir erneuerbare Energien, Wind, Sonne, teilweise natürlich auch noch Braunkohleverstromung in Deutschland. Und diese Energieträger sollen jetzt zum grundsätzlichen Energiebedarf, den wir haben, auch noch den Individualverkehr bedienen. Und das sehe ich schwierig, weil wir einfach wahnsinnig viele Autos haben. Und weil der Individualverkehr, so wie wir ihn über die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, eben so aussieht, dass jeder ein, zwei, drei Autos hat. Wir haben ländliche Regionen, wo die Leute wegkommen müssen. Wir haben ein sehr schlechtes öffentliches Personennahverkehrsnetz, wo man nicht darauf ausweichen kann, weil man über all die Jahre oder Jahrzehnte immer auf den Individualverkehr gepocht hat. Und das versucht man jetzt innerhalb ein oder zwei Jahrzehnten auf links zu drehen, ohne dabei zu schauen, was ist mit den Fernverkehrsverbindungen, Intercity Express etc. Also da passiert viel zu wenig. Also die Leute haben da keine Alternative. Ich meine, theoretisch bauen sie ja aktuell die zweite Stammstrecke, aber das ist auch ein Projekt, das zieht sich jetzt schon über... 35 ist ein schlechter Witz. Also ich meine, was dauert da so lange? Gut, mag sein, dass das ingenieurstechnisch eine große Herausforderung darstellt, aber nochmal, die Leute haben ja oftmals gar keine Alternative. Nehmen wir doch nur mal uns. Ich meine, wir wohnen jetzt im Outback von München, aber jetzt sitzen wir hier in einem Vorort von München und jetzt will ich jetzt ad hoc mit den öffentlichen Verkehrswillen nach München reinfahren. Das ist ein mittelschwerer Aufwand. Und nebenbei, wenn du das dann einen Weg findest, da reinzufahren über Bus und dann vielleicht S-Bahn oder Tram und so weiter, um genau da hinzukommen, wo du hin willst, brauchst du einfach auch deutlich länger. Deswegen einfach von der Convenience her, dass einfach die Leute sagen, wieso soll ich eineinhalb Stunden mit der Öffentliche fahren, wenn ich in 20 Minuten mit dem Auto da sein kann, wo ich hin will. Aber ich denke, genau für sowas ist das E-Auto eigentlich das Beste, was man haben kann. Einfach für Kurzstrecke. Kurzstrecke, ja. Also wenn man jetzt mal die ganze Infrastruktur und die Laderei und die Energieerzeugung außer Acht lässt, ja klar, ich meine, das ist schon. Aber am Ende stehe ich mit meinem E-Auto genauso im Stau und genauso in der Rush-Auer wie mit dem Verbrenner. Ergo sehe ich jetzt noch nicht so den hundertprozentigen Vorteil von dem E-Auto. Mal ganz zu schweigen von den Investitions- und Anschaffungskosten eines Elektrofahrzeugs. Also jetzt nehmen wir mal nicht den Dutchia Spring, sondern halt wirklich mal so die gesunde Mittelklasse, was da auf Beträge aufgerufen werden. Ja, nehmen wir mal, nehmen wir mal, was weiß ich, nehmen wir mal diesen komischen Tesla da, dieses komische zusammengezimmerte Ding da aus Amerika. Ja, Entschuldigung, ich mag die Marke nicht. Ich bin den auch schon Probe gefahren. Für mich ist das kein Auto, was der kostet. Wie war das? Ein Model Y ist ja jetzt auch schon fünf Jahre, ein fünf Jahre altes Auto kostet, aber neu trotzdem, wie viel? 60? 55, 56.000 oder was? Je nach Ausstattungs- und Antriebsvariante natürlich. Also ich sage mal, man kann natürlich auch ein kleines E-Auto fahren, hier so ein Renault Zoe zum Beispiel oder wenn man etwas größer gehen möchte in der Größe vom Volkswagen ID.3, das ist ja derselbe wie der Cupra Born, den sind wir auch mal Probe gefahren, als wir überlegt haben, einfach für die Kurzstrecke so zum Einkaufen und wieder zurück uns ein Auto zu besorgen. Aber wenn dann halt dieser Cupra, wenn du da ein bisschen Ausstattung drin hast und halt die Reichweite, die größte Reichweite, dass du halt schon 300 Kilometer mit einem Akku fährst. Auf dem Papier wohlgemerkt? Auf dem Papier wohlgemerkt, 300 Kilometer auf dem Zettel, nicht in der Realität. Ja, das kommt dann auch noch dazu. Ja, dann bist du halt dann trotzdem schon bei 45. Wie heißt der? Model Y? Ja. Also was ist das für eine Größenordnung? Ja, das ist so, das schimpft sich schon auch SUV, das ist so Größenordnung. Also was kostet im Vergleich einen Verbrenner da dazu? Wenn der was, das kommt jetzt so an, ob du neu oder gebraucht siehst. Ja, wenn ich ein Model Y kaufe ich mir, also so ein Elektro-Ding siehe, kaufe ich mir, wenn dann neu und nicht gebraucht. Na gut, ein Model Y ist jetzt mehr so die Größe von den kleineren Crossovers. Also für mich ist das X3 größer, ich bin den ja gefahren, also das kommt so in etwa hin. Oder sogar runter X1 so ein bisschen. Oder dazwischen irgendwo, ja. Irgendwo da. Also X2, ja. Ja. Eher noch so, ja. Was kostet so ein X2 neu? Gut, BMW ist jetzt natürlich ein bisschen mehr vom Preis her. Naja, also wenn wir bei BMW, also BMW ist ja jetzt dann im Falle von uns kein schlechtes Beispiel. Zum Beispiel, ja. Aber man könnte natürlich da auch jetzt einen Koreaner zum Beispiel besorgen, so einen Kia oder so. Und da zahlst du halt mal eine schlappe 10.000 weniger. Also ja, aber davon mal abgesehen. Also der X2 fing an bei 46.000. Ja, okay. Ja, okay. Wenn ein bisschen extra ist, dann bist du halt lieber 50, 55, ja locker, locker, locker. Ja, und dann kommt einfach dazu, dass ein E-Auto einfach dann doch nicht so praktisch ist. Weil mit einem BMW kommst du halt, da tankst du einmal für drei Minuten und dann fährst du bestimmt 700 Kilometer. Der hat natürlich eher, oder der kann eher darüber nachdenken, aus meiner Sicht sich ein E-Auto anzuschaffen, was einfach stressfrei ist. Der kommt nach Hause, der steckt den abends an die Steckdose. Ja, aber du steckst also nicht an eine 240-Molch-Steckdose, wo kein Saft drüber kommt. Also ja, wenn du über Nacht lädst, also der i4, glaube ich, von BMW, wenn du den an der normalen Steckdose mit diesem Adapter lädst, glaube ich, nach neun Stunden, bist du dann schon wieder ganz gut am Start morgens. Das lädt halt über Nacht so langsam vor sich hin. Also das geht dann schon. Aber wer, wie viel Prozent der Bevölkerung kann sich denn glücklich schätzen, ein Eigenheim zu haben? Also wenn ich hier durch meine Stadt fahre, durch die Seitenstraßen, ja, Mietswohnungen, die Autos parken links und rechts alle an der Straße. Das muss man ja mal realistisch sehen. Wo sollen die denn ihre Autos laden? Sollen wir lauter Verlängungskabel über dem Bürgersteig legen? Oder sollen wir es an der Straßenlaterne anstecken? Ja, ich hänge mein Elektrofahrzeug, würde ich, da werde ich jahlen. Also die Stromkosten. Ja gut, das ist natürlich noch ein anderes Thema. Die Kilowattstunde, der Diesel ist immer noch deutlich billiger, auch das Benzin ist immer noch deutlich günstiger, wenn man das in den Rechner eingibt mal und realistisch gegenüberstellt, ohne irgendwelche Subventionierung. Das kann man sich auch alles schön rechnen, aber da gibt es ja Webseiten im Netz, wo man das mal eingeben kann, einen realistischen Kilowattpreis und dann die Kilometer, die man fährt. Und dann vergleicht man das im Vergleich jetzt mit dem Diesel zum Beispiel. Wo sind wir jetzt beim Liter? 1,69, 1,70. Also ich habe es mal gegenübergestellt. Wenn der Diesel mal irgendwann bei 2 Euro, ich glaube 30 oder 35 läge, dann wäre das E-Laden zum aktuellen Kilowattstundenpreis tatsächlich besser und günstiger. Mit welchem Auto rechnest du da? Weil es ist natürlich auch ein großer Unterschied, so wie viel Kilowattstunden verbraucht werden und wie viel Liter Diesel verbraucht werden. Ich habe mit dem Kilowattstundenverbrauch, glaube ich, gerechnet von 21 kW auf 100 Kilometern. Das waren aus dem Forum vom BMW i4. Die meisten Fahrer liegen wohl so bei diesen 21 kW auf 100 Kilometern. Angeblich auch mit relativ zügiger Fahrweise, also Autobahnrichtgeschwindigkeit 130. Es sind BMW-Fahrer natürlich fahren die schneller. Bei aber auch normalen Außentemperaturen. Also wir reden jetzt nicht vom Winter minus 10 Grad, wobei das ja auch immer weniger wird. Oder die Kaltperioden ja jetzt nicht so heftig waren. Also das der Diesel war noch günstiger. Ja und du sprichst es gerade an mit Winter. Da gibt es ja auch die Berechnungsmaschinen online, wo du dein Auto eingeben kannst und dann was du theoretisch alles an Zusatzverbrauchern oder an hier Umweltgeschichten noch dazu hast. Ja, wenn du jetzt die Heizung an hast, das Radio, Sitzheizung und dann fährst du im Winter, sage ich mal, bei 5 Grad. Das müssen nicht mal Minusgrade sein, aber 5 Grad plus und dann fährst du halt so 140, 150. Ja, da ist dann halt die theoretisch angegebene Reichweite von, sagen wir mal, 450 Kilometer halt mal ganz schnell runter auf 200. Und einfach, dass man sich nicht so drauf verlassen kann, wie bei einem Benziner, wo es heißt, das Ding kann 500 Kilometer, also fährt es 500 Kilometer. Das ist halt so das, was vielleicht ein bisschen schwierig ist. Ja und da gehst du halt alle 200 Kilometer erst mal eine halbe Stunde zum, oder eine viertel Stunde zum Schnellladen. Ja, das Thema mit der E-Mobilität oder generell mit Elektroautos ist halt, dass du, was dein Fahrverhalten oder dein Reiseverhalten angeht, musst du da komplett umdenken. Es gibt ja Apps, ich habe gerade den Namen nicht parat, wo du verschiedene Stellschrauben eingeben kannst, Temperatur, wie schnell du fährst und so weiter. Und dann kann es dir halt passieren, wenn du von München nach Dortmund fahren willst mit einem E-Auto, dass du halt dreimal unterwegs anhalten musst. Wenn du am Ende, sagen wir mal, wenn du ankommst am Ziel, willst du zum Beispiel nur 50 Prozent Restkapazität haben und danach richtet sich dann deine Ladestrategie. Und dann hältst du halt an, 10 Minuten hier, 20 Minuten da, immer unter der Voraussetzung, Ladesäule funktioniert, Ladesäule gibt die volle Leistung ab, Auto nimmt auch volle Leistung an. Also das geht schon, also man ist halt anders aufgestellt. Wenn ich mit meinem Diesel losfahre, mit meinem BMW G21, dann habe ich eine Reichweite von 1100 Kilometern am Punkt mit einer Tankfüllung, die kann ich durchballern. Also ich kann in einem Streifen von München nach Hamburg fahren, theoretisch ohne einmal anzuhalten, das geht im E-Auto halt nicht. Ja. Da musst du halt anders denken. Du hast halt mehr Pinkelpausen, trinkst mal einen Kaffee. Und wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass die Ladesäulen nicht überfüllt sind, weil das ist ja auch so ein Thema, da stehen dann zwei an einer Säule, dann halb bildet sich das ja alles schon. Also das muss man alles sehen. Aber ein ganz anderes Thema ist ja, dass es ja eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, voll die Luxusprobleme sind, die wir hier diskutieren. Also dieses Thema, wir müssen uns jetzt hier greenwaschen im Kopf, ich fahre CO2-neutral mit meinem SUV, der 2,4 Tonnen biegt und ich bin ganz umweltbewusst, ist ja eigentlich totaler Schwachsinn, weil das macht jetzt vielleicht der Topverdiener in München mit seinem Q7 oder wie die Dinger heißen elektrisch, nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, so ein Megapanzer. Aber ein paar tausend Kilometer weiter interessiert die Leute das überhaupt gar nicht. Die haben nicht mal den Ansatz dieser Idee elektrisch zu fahren, weil weder die Infrastruktur da ist, noch sonst irgendwas. Also ist das ja so ein First-World-Problem, was wir hier aufbauen. Und ganz ehrlich, ich habe die Zahlen nicht jetzt exakt im Kopf, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber global gesehen ist der Anteil des klassischen Individualverkehrs durch Pkw-Verbrenner so gering am CO2-Ausstoß. Da gibt es ja ganz andere Emittenten, die viel schwerwiegender sind. Nur um mal, gehen wir mal vom CO2 weg, nehmen wir nur mal das Thema Methan ausstoßen die Atmosphäre durch Massentierhaltung, sprich furzende Kühe. Es ist ja so. Ja, ist so. Und das ist ja viel, viel größerer Anteil an dem, was weltweit imitiert wird, als dieses blöde Auto, in Anführungsstrichen blöde Auto. Ja, aber es muss halt auch jeder am Abend ein Stück Fleisch auf dem Teller haben. Ja, zum Beispiel oder es wird auch überhaupt gar nicht darüber, Thema Schwerlastverkehr. Ich meine, mit was fährt ein LKW? Mit Diesel. Warum fängt man eigentlich, oder mit was fahren Schiffe? Mit Schweröl. Und da fährt nicht nur eins. Jeder kann sich mal die App Fessel feiner runterladen und mal schauen, was wir global für einen Schiffsverkehr haben. Also eigentlich bin ich der Meinung, müsste man ja bei den großen Dinger erst mal anfangen, weil das ist ja eigentlich viel einfacher, so einen großen Pott vielleicht auf eine alternative Energie umzupolen. Oder sich da was zu überlegen, wie man das vielleicht effizienter gestaltet, als wenn ich jetzt anfange, überteuerte PKWs zu verkaufen, die zudem am Ende des Tages so eine Lebensdauer haben. Das weiß man ja alles noch gar nicht so genau. Lebensdauer von dem E-Auto. Es gibt ja schon die ersten YouTuber, die wirklich zu Recht irgendwo auch ein bisschen rumrollen, dass sie sich ein schweineteures Fahrzeug aus Zuffenhausen gekauft haben, um dann nach einem Jahr später festzustellen. Und dann, oh verdammt, dieses Auto ist ja weniger als die Hälfte wert am Gebrauchtwagenmarkt und die Autohändler sagen auch alle, ah komm, also den nehme ich dir nicht zurück, meine ich. Also das, ja, First World Problems halt. Also vielleicht ist es da, und jetzt könnte man noch den Weg zu unserer Lieblingsmarke BMW kriegen. Wer ist der aktuelle Vorstand? Herr Zipse, glaube ich, der ja selber auch sagt, naja, also sie halten schon noch an dieser Plattformverbrennung fest, weil sie irgendwo technologieoffen sein wollen und weil es für BMW halt jetzt auch nicht unbedingt die perfekte Antriebsvariante ist. Das Ding ist halt aber auch, also zwecks der Umweltfreundlichkeit, also ich fahre schon Verbrenner, aber mein Auto ist halt mittlerweile 23 Jahre alt. Das soll ja. Also ist es jetzt dann vielleicht besser, ein Auto etwas lecker zu fahren, anstatt alle drei Jahre ein neues Auto zu kaufen? Hauptspringender Punkt, der Leasingwahn, diese typische Leasingdauer von drei Jahren oder zwei Jahren, je nachdem halt. Gut, aber mal ganz abgesehen von der Leasingdauer, wenn wir jetzt bedenken, du hast es vorher angesprochen, die Haltbarkeit eines E-Autos liegt einfach daran, wie lange die Batterien halten. Wenn der jetzt sehr viel schnell lädt zum Beispiel, dann ist die Batterie auch zum Beispiel schneller einfach auf 50 Prozent maximale Kapazität und dann schmeißt das weg. Ja, das heißt, dass diese E-Autos halt nur eine Dauer haben der Benutzung von... Aktuell, ja. Ja, aber was heißt denn, ich schmeiß die Batterie weg? Ich meine, die ist ja auch umweltbelastend. Ja, also die Herstellung einer Batterie, ich meine, da können wir jetzt auch lange drüber philosophieren, Stichwort Lithium. Wobei das ja der aktuelle Technologiestand ist. Also da bin ich dann schon so, dass ich sage, naja, da wird sich auch was tun in den nächsten Jahren. Da wird ja auch fleißig geforscht und entwickelt, gemacht und getan. Nichtsdestotrotz hast du natürlich bei einer Batterie weniger Möglichkeiten, sie wieder auf ihren ursprünglichen Stand zurückzubringen. Ja, so ein Verbrennungsmotor, wenn man den vernünftig pflegt, und das ist ja auch ein großer Punkt, viele Besitzer, Eigentümer eines Fahrzeugs, gerade die Leasingfahrer scheren sich ja einen Dreck um ihr Fahrzeug. Der wird halt runtergenudelt, da wird halt nicht regelmäßig vielleicht das Öl gewechselt oder das Allerbeste reingegeben. Also man fährt halt viele Fahrzeuge auf Verschleiß. Und wenn Eigentümer ihrer Fahrzeuge mal mehr auf ihre Autos schauen würden, so wie du zum Beispiel, oder dein Vater, oder eben auch viele andere, dann kannst du so ein Auto, so ein Verbrennungsmotor halt auch echt gut und gerne ewig fahren. Also wirklich, da gibt es ja viele Beispiele, wie lange ein Motor halten kann bei toller Pflege. Wie viele Leute lassen ihren Motor zum Beispiel an und geben ihm, ist er kalt, gib ihm 7,5, ne? Scheiße, Entschuldigung, egal, voll drauf bei minus 10 Grad. Nein, fahr den doch erstmal vernünftig warm. Ich meine, da ist ja eine Maschine vorne drin, behandle sie halt pflegt. Und dann kannst du so ein Verbrennungsmotor, wie gesagt, wirklich saulange fahren. Kann ich gut bezeugen. Ich habe vor kurzem bei meinem Auto, bei meiner Alfa Romeo, sowohl Entzündkerzen als auch einen kompletten Ölwechsel gemacht. Und ich habe halt danach einfach doch festgestellt, dass A, sie viel ruhiger läuft wie vorher und B, ich sie dadurch auch bei deutlich niedrigeren Drehzahlen wieder fahren konnte und somit weniger Verbrauche und weniger CO2-Ausstoße und so weiter. Also dieses Pflegen, das heißt bei einem Benziner, ich meine, wir mögen ja Oldtimer, genau deswegen gibt es ja Oldtimer heutzutage noch. Ja, manche fahren mit Autos aus den Zwanzigern noch rum. Und bei E-Autos, ich denke nicht, dass es jemals wirklich eine große E-Auto-Oldtimer-Szene geben wird, weil die E-Autos vorher wegschmissen werden. Kann es auch gar nicht geben. Und das betrifft nicht nur E-Autos, sondern auch alle modernen Fahrzeuge. Wenn ich an meinen G21 denke, was der an Displays mittlerweile drin hat, also der hat ja nicht mal mehr einen anständigen Tacho. Das ist ja eine Anzeige mit zwei Balken, die an der Seite hochlaufen, finde ich grausam. Ich persönlich, also ich liebe Rundinstrumente und Zeiger. Diese Balken, die sind irgendwie für mich abstrus. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück. Thema Display. Wir wissen alle, wie ein TFT-Monitor von einem Laptop oder von einem normalen Bildschirm, wie die Dinger nach zehn Jahren noch aussehen. Die träge, die auf einmal werden, wie die anfangen zu schlieren, wie die einfach kaputt gehen, Pixelfehler kommen. Pixelfehler, genau. Was machst du denn, wenn dir nach zehn Jahren in so einem modernen Fahrzeug das Display ausfällt? Und jetzt kriegen wir den Bogen wieder zu meinem Lieblingshersteller Tesla hier aus. Der hat ein riesen Tablet in der Mitte. Wenn das kaputt ist, dann ist das Auto halt leider wertlos. Keine Hand, die sind leider 20 kmh zu schnell gefahren. Das habe ich nicht mitgekommen. Hatte Pixelfehler. Ja, ich habe das vor kurzem gesehen, weil ich habe vorhin ein Video über einen Cybertruck angeguckt, was für ein Desaster eigentlich dieses Fahrzeug ist, von unten bis oben. Aber im Innenraum, du sagst es, ein großes Display in der Mitte. Es hat überhaupt keine Instrumente vorm Fahrer. Um theoretisch zu checken, wie schnell du fährst, wie viel Ladekapazität du noch hast, musst du immer in die Mitte des Fahrzeugs weg von der Straße schauen. Hat der nicht so ein Head-Up-Display? Ja, das ist geil, wo du das jetzt gerade sagst. Ich bin in der Probe gefahrenes Model Y. War ja neugierig, wollte ja mal mitreden. Eine Stunde Probefahrt bei Tesla, kostenlos, kein Stress. Gibst den Führerschein online ein, machst einen Termin, fährst hin, kriegst das Model Y. So eine Checkkarte, mit der der dann ins Auto kommt, bin ich losgefahren. Und das Erste, was mir dann aufgefallen ist, oh Gott, der hat wirklich keinen Tachwunder. Also du musst wirklich in die Mitte schauen. Und dann hast du dieses überdimensionale, in Anführungsstrichen, überdimensionale Tablet da in der Mitte hängen. Und der erste Joke ist ja, die Geschwindigkeitsanzeige beim Tesla ist oben links in der Ecke. Schriftgröße 18, würde ich jetzt mal sagen. Maximal 20. So, ne? Also wirklich relativ klein. War ich schon so leicht schockiert, denke ich, warum ist denn das so klein? Geschwindigkeit spielt scheinbar keine Rolle bei diesem Fahrzeug. Ist das überhaupt legal, dass man das so scheinbar hat? Ja, pass auf. Und dann denke ich mir, gut, okay, fährst halt los. Und dann betätigt man natürlich auch als BMW-Fahrer irgendwann mal den Blinker. Hä? Was? Das war ein Spaß. Ja, du hast das auch. Ich blink immer. Gott, ich blink immer zu früh. Ja, also. Egal. Auf alle Fälle ist auch das Blinken-Symbol im Tesla so klein und so unauffällig. Und es spielt sich vor allem auf dem Tablet ab. Also du hast es nicht in Front, also du hast es nicht im Sichtfeld. Du musst also immer den Kopf leicht senken in die Fahrzeugmitte, um die Informationen, die relevant sind, um ein Fahrzeug zu bewegen, abzurufen. Also halte ich schon mal für hochgefährlich, weil du nimmst den Blick von der Straße. Und um deine Frage zu beantworten. Es gibt bei Tesla, bei dieser fortschrittlichen Firma Elon Musk, SpaceX und so, es gibt kein Head-Up-Display beim Tesla. Gibt sich. Also mag ich sagen, beim aktuellen bin ich nicht auf dem allerneuesten Stand. Model Y bin ich gefahren vor einem Jahr. Es gibt kein Head-Up-Display. Ich habe es auch in der Aufreißliste nicht gefunden. Gibt sich. Also du musst auf dieses Tablet schauen. Dann habe ich tatsächlich eine Situation gehabt, wo ich einen Bahnblinker gebraucht habe, wegen Stauende. Bei dieser einstündigen Probefahrt. Ja, pass auf. Ich habe dann schon, muss ich mir sagen, ich habe dann normalerweise, wenn du in ein fremdes Fahrzeug steigst, schaust du ja erstmal, was ist Phase. Ich habe Spiegel und alles schon eingestellt, aber ich habe tatsächlich nicht geguckt, wo der Warnblinkknopf ist. Warum? Weil der für mich als, jetzt bin ich fast 1,6 Millionen Kilometer schon gefahren, für mich ist ein Warnblinkknopf irgendwo immer in der Mitte vom Armaturenbrett. Da muss ich nicht einigen. Mittelkonsole oder Armaturenbrett. Aber nicht beim Tesla. Der ist im Dachhimmel oben. Ich habe noch nie ein Auto gefahren und ich habe schon einige Fahrzeuge bewegt, wo der Warnblinkknopf im Dachhimmel ist. Da guckst du ja als allerletztes. Also vorher gucke ich vielleicht doch unter dem Sitzlauch. Fand ich total schräg. Also ein komisches Fahrzeug auf jeden Fall. Und ich glaube, dass einfach auch wegen Tesla unter anderem, weil die haben ja da damals mit dem Tesla Roadster und dann mit dem ersten Model S ja so richtig angefangen mit diesem wahnsinnigen Hype und diesem Boom um diese E-Autos, wo mittlerweile eigentlich jeder Hersteller oder fast jeder existierende Hersteller jetzt mitgezogen ist. Und so viele neue Hersteller, sag ich mal vor allem aus dem chinesischen Markt jetzt, ja da auch da sind mit den E-Autos. Es gibt einfach ein Überangebot an teuren E-Autos mittlerweile. Auch günstige tatsächlich. In China zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Firma war das? Es war nicht BYD, es war eine andere. Aber es gibt ein Auto, das sieht aus wie ein altes K-Car. Diese 660 Kubik-Mini-Fahrzeuge, ja. Aber das hat einen kleinen E-Motor drin, ich glaube mit 23 PS oder so. Das Ding geht Top Speed 90 oder so. Und das wird halt tatsächlich in China verkauft für umgerechnet, ich glaube so 8.000, 9.000 Dollar oder so. Und das ist einer der meisten verkauften E-Autos da drüben, weil es ist einer der ersten und es ist nämlich einer der einzigen richtig bezahlbaren kleinen E-Autos, einfach wenn stattfällt. Ein Auto in dieser Preisklasse wirst du bei uns nicht finden. Ich glaube einfach, weil wir da so einen hohen Anspruch haben. Wir wollen unbedingt so viele Sachen mit dem Auto drin haben. Ja, weil die Firma wird aber auch immer noch mehr Gewinn, noch mehr Umsatz. Du wirst ein Auto in dieser Preisklasse bei uns nicht finden. Ich denke, das Thema billiges Auto, das gab es ja in der Vergangenheit immer wieder. Ich erinnere mich da noch an diesen Tata Nano aus Indien, von Tata Motors, glaube ich, heißt die Firma. Das Ding war ja auch, das würde hier aber keiner kaufen. Also nur schon alleine aufgrund der Ansprüche, die wir hier natürlich zum einen haben. Aber das andere, ich glaube, und das ist schon ein sehr relevantes Thema, ist das Thema Sicherheit. Du kannst, glaube ich, ein Fahrzeug einfach nach den heutigen Sicherheitsstandards so billig gar nicht produzieren, weil du dann gar nicht die Materialien da reinkriegst, also Seitenaufprallschutz und so weiter. Vor allem E-Autos mit den ganzen Batterien, die ja dann da drin sein müssen. Ja, da hast du dann schon, sag ich mal, wenn du selbst kleine Reichweite haben möchtest, 200 Kilometer, hast du trotzdem ein paar hundert Kilo Akkus da unten drin. Und ich meine, das Thema China ist nicht zu unterschätzen, was da kommt. Also ob das jetzt BYD ist, Build Your Dream, sei völlig spaßig an Arbeit, wenn man mich fragt. Aber anderes Thema, das ist schon, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die europäische Fahrzeugindustrie, die hat da schon ein bisschen Angst davor. Also man muss es ja mal neidlos anerkennen, diese BYDs, so schlecht sind die gar nicht. Also was jetzt mal das Technologische angeht. Dann ist natürlich auch die Frage, ob die E-Autos dann überhaupt das Auto der Zukunft sind. Weil jeder springt jetzt da auf diese Bandwagon, aber keiner kann jetzt wirklich beweisen, dass wir in 50 Jahren alle ein reines E-Auto fahren werden. Also da kenne ich mindestens eine Person in diesem Raum, die das nicht mariert. Ich glaube, zwei, drei. Ich würde höchstens dazu gezwungen werden, weil ich halt dann doch noch etwas jünger bin. Aber freiwillig würde ich eigentlich nicht gerne ein E-Auto fahren. Ich muss kurz was trinken, wenn es okay ist, wird alles etwas rau. Wir machen eine kleine Pause. Bei diesem Podcast gibt es ja nicht viel visuelle Stimulation. Wenn ihr danach sucht, dann schaut doch mal bei www.bespoke-exposures.de vorbei. Dort findet ihr meine Angebote für Fotos, Videos und Illustrationen. Handgefertigt für eure Bedürfnisse. Oder wenn ihr gerade keinen geschäftlichen Partner sucht, dann abonniert diesen Kanal und liked den Podcast. Es würde mich wirklich sehr freuen. Und jetzt geht es auch schon wieder weiter. Einmal kurz klatschen, bitte. Ein einfaches Klatschen, damit ich es durchsingen kann. So schlau, Wahnsinn. So schlecht, ey. Wir sind wieder da aus der Pause. Und wir haben uns ja jetzt schon sehr viel unterhalten oder sehr viel ausgekotzt, muss man ja so sagen, über alles mögliche E-Autos. Ich finde, wir haben wahrscheinlich nur das obere Ende von dem Eisberg angesprochen. Also Teil 2 ist wahrscheinlich unvermeidbar irgendwann in der Zukunft. Aber reden wir doch mal über potenzielle Lösungen zu dem Problem in Anführungszeichen E-Auto. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass reine E-Autos keine Zukunft haben. Das ist jetzt sozusagen nur eine Übergangsphase, wo wir jetzt drin sind. Aber zukünftig wird es was anderes auch geben. Weil es gibt ja einige andere Antriebsmaßnahmen. Fertig. Ich meine, wenn du wieder in die 1850er zurück möchtest, können wir wieder Pferdekutschen hernehmen. Ich meine, unter anderem sowas wie Toyota ist ja jetzt ganz brutal wieder im Wasserstoffmarkt drin. Weil die forschen gerade brutal an Wasserstoff-Otto-Motor-Verbrennermotoren. Also keine Brennstoffzelle, die das mit in den E-Motor sozusagen dann die Energie reinspeist und so fährt. Sondern wirklich ein normaler Verbrennungsmotor, der mit flüssigem Wasserstoff fährt. Das ist ja mal was Gescheites, würde ich sagen. Ja, wenn die da und dran gerade forschen, da wäre aber immer noch das Problem, die Herstellung von Wasserstoff ist halt sehr energieintensiv. Schraubeer. Schraubeer. Bärbel. Bärbel. Wer den Witz versteht, wer den Witz versteht, der schreibt uns bitte an. Wasserstoff ist sehr energieintensiv in der Herstellung. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, habe ich jetzt nicht parat, aber was ich gehört und gelesen habe, ist das halt jetzt auch nicht die Lösung schlechthin. Also ich denke, wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis. Ich bin schon der Meinung, meine persönliche Meinung, dass das eigentliche Problem in dem Mobilitätsanspruch liegt, den wir haben. Also die nochmal 43 Millionen Pkws alleine in Deutschland bei 83 Millionen Einwohnern, wovon da natürlich alles gerechnet ist, vom Säugling bis zum Rentner, der auch gar nicht mehr fährt. Das ist schon eine Zahl, die ist schon enorm. Und man muss sich halt schon echt mal die Frage stellen, ob das, das ist jetzt natürlich auch für mich als Autobegeisterter vielleicht ein kleiner Widerspruch, aber ob das überhaupt noch so zeitgemäß ist, wie wir uns von A nach B fortbewegen. Ich glaube, dass sich das aber schon ändert aktuell, vor allem nach Corona, weil es ja jetzt zum Beispiel aktuell, vielleicht jetzt wieder nicht mehr, aber durch Online-Vorlesungen, Online-Meetings, die ja in jeder Firma mittlerweile benutzt werden, ist ja auch nicht mehr so viel Fahren ins Office und zurück zum Beispiel notwendig durch eben Homeoffice. Also ich sage mal, wenn man in der Richtung das Ganze weitermacht, dann haben wir ja schon mal sehr viel weniger Verkehr insgesamt. Richtig. Und ich meine, wenn man sich heute mal spaßeshalber eine Stunde in München an einer der großen Einfallstraßen stellt, morgens zum Berufsverkehr und mal bewusst zählt, wie viele Personen in einem Pkw sitzen, dann ist das ja auch eine sehr abstrakte Geschichte, weil die meisten Autos, da sitzt eine Person drin. Diese eine Person bewegt einen Gegenstand, der 1,7, 1,8 Tonnen wiegt im Schnitt. Wenn man mal guckt, die ganzen SUVs, die da von A nach B geschoben werden, bewegt werden. Und das ist eigentlich eine ziemlich, egal ob elektrisch oder mit Wasserstoff oder mit Diesel, ist das eigentlich ganz schön ineffizient. Also das ist First-World-Problem, sage ich ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Und ich sage mal so, in Afrika, sage ich mal, wo ja jetzt bei weitem nicht First-World ist, im Outback irgendwo, was wird da am meisten benutzt für größere Strecken? Ja, die alten W123er Mercedes, die unkaputtbaren Teile. Also da wird ja auch mit dem Auto gefahren überall. Das ist so weit zurückliegen, die anderen ja jetzt nicht. Wir haben halt nur das Problem mit E-Auto. Aber wenn wir da mal überlegen, was es alles an Alternativen gibt dazu. Ich meine, man muss ja nicht, und das ist, glaube ich, das größte Problem auch, man muss nicht alles ersetzen. Man muss es nur sozusagen zusätzlich zur Verfügung stellen. Wenn wir sowohl E-Autos als auch moderne, gute Verbrenner, ob das jetzt Diesel oder Benzin ist oder Autogas, gibt es ja auch die Methode, oder Wasserstoffverbrennung, Wasserstoffbrennzelle. Es gibt den 100% synthetischen Sprit. Ja, Porsche ist da ja sehr da dabei, da zu forschen. Die benutzen ja den synthetischen Sprit im Carrera Cup zum Beispiel, exklusiv, also testen das da wirklich in der realen Welt. Also ich glaube, wenn man einfach sozusagen die Optionen offen hält und dann den Leuten anbietet, dass sie das für ihren Lebensstil perfekte Antriebskonzept nehmen und nur das Antriebskonzept nehmen, dann hat man das Beste für jeden. Und man kann sparen, weil dann zum Beispiel die ganzen Mütter nicht mit den riesengroßen zweieinhalb Tonnen Monster SUVs ihre Kiddies zur Schule fahren oder zum Einkaufen, weil das brauchen sie in der Stadt nicht, sollen sie lieber einen kleinen E-Zowie fahren. Das wäre... Ja, die fahren bestimmt keinen zweieinhalb Tonner SUV, nur weil sie müssen. Also, da... Wie bitte? Also die können auch jetzt schon ein kleines Auto nehmen. Stimmt, wollen sie noch nicht. Weil sie denken, wenn sie höher sitzen, dann sind sie sicherer. Ja, auf der anderen Seite sehe ich halt beim SUV immer noch das Sicherheitskonzept. Also es macht halt einen Unterschied, ob du mit zweieinhalb... Wenn du, falls du mal einen Fall hast mit so einem zweieinhalb Tonner, da sitzt du halt sicherer drin, als in so einem kleinen VW-Up. Ja, das ist unbestritten. Aber auch da muss man ja dann sagen, dann ist ja die Leute, die es sich leisten können und die, ja, die es sich leisten können, fahren dann potenziell sicherer und die es halt nicht leisten können, haben halt die Arschkarte gezogen. Ja. Woher auch nicht besonders fair, wenn man sich das mal von der Warte auslöst. Ja, fair. Ich denke halt, dass Volvo ist ja ein ganz gutes Beispiel. Ich meine, ob die das jemals erreichen werden, weiß ich nicht. Aber die haben ja diese Parole ausgegeben, sie wollen halt, dass mit ihren Fahrzeugen keiner mehr tödlich verunglückt. Und da arbeiten sie ja massiv dran. Ich meine, man würde denken, dass das natürlich eine Message von jedem Hersteller wäre, dass man nicht mehr... Ja, aber was das Ziel ja immer realistischer erscheinen lässt, ist ja die Tatsache, nehmen wir jetzt nur mal die KI mal als Beispiel, also die Technik, die in den Fahrzeugen heute verbaut wird, immer besser wird und somit eben Unfallprävention ja immer realistischer wird. Also wenn immer mehr Technik in die Autos kommt, die wirklich dann dafür sorgen, dass Unfälle vermieden werden. Ja, mein Bremsassistent ist das beste Beispiel oder auch nicht, wie man es auch immer nimmt, aber der ist ja so übervorsichtig. Da bin ich ja der Bremsassistent. Ja, warum nicht? Das ist das schlechteste Beispiel. Ja, das... Naja, jetzt noch, aber der Gedanke, der dahinter steht und das Ziel, was man damit erreichen will, dass man erst überhaupt gar nicht in brenzlige Situationen kommt, dass es überhaupt zu einem Unfall, zu einem schweren Unfall kommt. Ja, das Ding ist halt, dass im Urwahlfall ein Sicherheitsabstand selten eingehalten wird. Also mir passiert das ganz schlichte Versagen, dass sie meistens mir in den Kofferraum fahren. Ja, und das ist ja menschliches Versagen. So, jetzt kommt so ein Knaller daher, der fährt auf der Autobahn, linke Spur, ich fahre brav auf der rechten Spur, der überholt mich, es kommt die Ausfahrt und er zieht vor mir knallhart raus. Was macht der Bremsassistent? Ja, klar. Da muss ich bremsen. Und was macht der Arsch hinter mir? Nicht bremsen. Nicht bremsen, genau. Ja, und der Arsch, der hinter dir fährt, ist vielleicht eben einer, der diesen Bremsassistent noch nicht hat. Aber wenn wir irgendwann mal den technischen Punkt erreichen, dass jedes Fahrzeug in etwa auf derselben technischen Ebene arbeitet mit den Assistenzsystemen, das ist ja, da brauchen wir nicht spekulieren, dann ist es ja so, dass diese Gefahr dann einfach deutlich abnimmt. Es ist halt die Ungleichheit der Technologie, die jetzt auf den Straßen rollt. Wir haben ja eine Bandbreite von Fahrzeugen vom Baujahr, was weiß ich, 89 bis 2024. Das ist ja ein Riesengepp. Ja. Eine Riesenschere. Also dein Fahrzeug, dein E46, hat gar keine Assistenzsysteme. Außer ABS. Du bist das Assistenzsystem. Ja, klar. Außer ABS natürlich, klar. Ja. Aber ansonsten, im Vergleich jetzt zu meinem G21, der eben schon so einen Bremsassistenten drin hat, so, meiner würde jetzt, ich würde dir hinten da nicht drauf nageln, weil meiner entsprechend schneller vielleicht reagiert als ich. Mit Sicherheit, ja, würde das gar nicht passieren. Würde jetzt hinter dir eben der angesprochene Idiot fahren. Nehmen wir jetzt, was weiß ich, ein Audi A4, Baujahr 95. Der batscht ja halt hinten drauf. Gut, aber ich sage mal, niemals, glaube ich, wird auf dem Straßenverkehr so ein kleiner Rahmen an gleicher Technologie fahren. Naja. Das kommt auf die Regierung an. Also ganz ehrlich, wenn den, ich meine, jetzt ist die EU von dem Verbrennerverbot wieder ein Stück weit abgerückt. Jetzt kommen diese E-Fuels wieder auf den Tisch, die jetzt, ja, du hast das gerade angesprochen, Porsche und so weiter, aber die sind ja auch in der Bilanz jetzt nicht so geil. Also das ist auch nicht die Lösung. Aber wenn durch Verbote einfach, denken wir mal laut und mal nach, denen fällt in fünf Jahren ein Oldtimer, ja, nette Geschichte, wird es aber nicht mehr geben in der Form. Kann ja von heute auch ein Timer brauchen. Keine Arsch. Weil ja auch durch diese Regulierung, die wir haben, auf einmal jetzt jeder daherkommt und meint, dann hole ich mir einen alten 190er Benz, obwohl ich gar kein Oldtimer-Fan bin, aber das mache ich jetzt halt, weil damit kann ich ja in die Verbotszone reinfahren. Und das wird ja jedes Jahr mehr. Ja. Ja, in München wollen sie jetzt Diesel Euro 5 streichen. Genau. Also, was ich persönlich total schrott, äh, idiotisch finde, weil die Diesel sind eigentlich besser wie die alten Benziner zumindest. Aber genau deswegen gibt es ja auch jetzt mittlerweile schärfere Regeln, was zum Beispiel jetzt auch ein H-Kennzeichen kriegt. Du musst jetzt mittlerweile beweisen, okay, das ist wirklich ein Sammlerstück, das halt in sehr guten Zustand ist, mit dem du halt nicht alltäglich fahren möchtest. Die Hürden werden höher gesetzt, auch aus Angst, dass man diesen Oldtimer-Status tatsächlich irgendwann abschafft oder den verbietet, weil das halt zu überhand nimmt, weiß ich jetzt wirklich nicht jeder, aber viele meinen, mit so einem alten Auto habe ich jetzt die Lösung gefunden. Ich meine, 30 Jahre sind es ja, jetzt rechnen wir mal zurück von heute. Das sind ja schon gute Fahrzeuge, die heute als Oldtimer durchgehen. Die ersten E36 sind bereits Oldtimer-fähig. Ich glaube, wir sind ein bisschen vom Thema abgewichen. Ja, jetzt sind wir zum Oldtimer gekommen. Ja, wir mögen halt gerne über das Thema labern, wir mögen ja alle Oldtimer, aber du hast vorhin eben was Interessantes angesprochen gehabt, wenn ich mich jetzt erinnern könnte, was das war. Ich glaube, es war die Geschichte mit halt verschiedenen Antriebe in der Ort und so weiter. ich glaube, das Problem mit Oldtimer und die anderen Antriebe, nee, weiß ich ja nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, wenn ich jetzt sozusagen mal zurück auf das Thema komme mit den alternativen Antriebe, was es braucht, ist eine definierte, oh Gott, wie sage ich das jetzt am besten, dass jede Person eben nur das Fahrzeug fährt, das am besten zu der Person passt, so als Alltagsfahrzeug, als Vielfahrer hat man einen sehr effizienten Langstreckenfahrer als in der Stadt wohnende Studentin, die höchstens mal zum Einkaufen oder zur Uni fährt und so weiter, so einen kleinen E, einfach, dass die Autos so gut auf die Personen zugeschnitten sind und dann kann man halt zusätzlich schon noch Autos haben, also für die Autoliebhaber jetzt wie uns zum Beispiel, dass sie halt noch ein paar andere Autos rumstehen haben, aber ich sage mal, diese Schätze in der Gesamtbilanz sind die nicht erkennbar, das wird ja kaum gefahren, ja, also ich glaube, aber an dem Punkt wären wir ja grundsätzlich, was du gerade beschreibst, ist ja der aktuelle Status, was die Industrie halt anbietet, weicht mittlerweile ein bisschen von dem, vielleicht ein bisschen von dem Bedarf oder von dem eigentlichen, wie soll ich denn sagen, das, was eigentlich notwendig wäre, ab, also nehmen wir mal ein Beispiel, versucht aber heute einen Kleinwagen zu kaufen. Mittlerweile hat es gibt keine Kleinwagen mehr im klassischen Sinn. Mittlerweile gibt es nur noch kleine SUVs und ich hasse es wie die Pest, vor allem wenn es dann kleine E-SUVs sind, die man dann auch nicht fahren möchte. Gehen wir mal hier so Renault Kio größer, also das Angebot ist ja wirklich überschaubar geworden. Vor allem in der E-Auto-Branche, weil da wird es am meisten Sinn machen, so kleine Fahrzeuge zu bauen. Ja, es ist dann aber auch nicht wieder irgendwie so ein Kreislauf, weil vorhin hat man es ja drüber, dann muss dann die Madame sowieso XYZ mit ihrem SUV von Wegen zwei Kilometer zum Kinderraden fahren. Start mit dem Feinwagen. Es ist glaube ich ein Zusammenspiel, ich bin jetzt auch kein Ökonom. Angebot und Nachfrage. Ja, wenn du sowas halt nicht anbietest oder gänzlich einfach weglässt, dann kannst du ja auch den Bedarf ja auch gar nicht wegkriegen. Es wird ja von der Industrie, die Autos werden immer größer, weil die Industrie sagt, die Kunden wollen das so. Aber ob das wirklich so unmittelbar zusammenhängt, weiß ich nicht. da ist halt viel Marketing im Hintergrund im Spiel. Also wenn man den Leuten Kleinfahrzeuge schmackhaft machen kann, dann würden die das glaube ich schon auch kaufen. Aber es wird ja gar nicht angeboten. Es wird ja einfach immer größer. Schauen wir uns mal den aktuellen BMW X2, den habe ich neulich gesehen. Das ist ja eine Buche. Und wir reden hier über den X2. Ich finde den gar nicht so super hässlich, ehrlich gesagt. Der ist nicht so schlimm. Aber ich wollte jetzt mal einfach drauf hinaus, X2 ist eine Fahrzeugklasse. Eigentlich ist es von der Bezeichnung ja fast so eine untere. Aber das Ding ist riesig. Du stehst dir vor, das ist ein riesen Auto. Der ist größer als mein Kombi. Der VW Ab. Der VW Ab ist ja größer als ein Golf 1 von früher. Oder ungefähr dieselbe Größe, nur in der Höhe halt etwas mehr. Ja, im Radstand ist er auch länger. Ja, und das Problem, wenn wir jetzt auf E gehen, je größer die Autos, desto mehr Akkus, damit die Reichweite wieder akzeptabel ist, desto schwerer wird das Teil, desto größer muss es werden und so weiter. Also das ist so ein Teufelskreis. Und das sehen wir jetzt ja beim Cybertruck zum Beispiel. Das Ding ist monströs riesig, wiegt was 3,3 Tonnen oder so. Das Ding kannst du hierzulande nicht mal fahren. Allein wegen der Zulassung schon und wegen der Größe. 3,5 Tonnen, also bis 3,5 Tonnen darf ich fahren. Ja, eben. Und das ist eben das Problem. Du könntest in einem Cybertruck, in einem großen Pickup, könntest du höchstens 200 Kilo Zuladung fahren, weil durch eben die ganze E-Technik, die da drin ist, die benötigt ist, damit das Ding in Wahrheit dann vielleicht 300 Kilometer fährt, einfach das Ganze so schwer ist. Ich glaube, es braucht, um zu überlegen, was kann man gegen diesen E-Auto Wahnsinn machen, und wie kann man es verbessern. Es muss einfach kleine E-Autos wieder geben. Als Mercedes damals den E-Smart eingestampft hat, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengesteckt und so. Wieso? Das ist das perfekte kleine E-Auto. So die Definition des perfekten E-Autos für die Stadt. Ja, aber dann, also in dem Fall würde ich dann, was kann man gegen den E-Wahnsinn machen, ist vielleicht falsch ausgedrückt. Weil wir wollen ja eigentlich, also im Grunde ist nichts dagegen tun. Also, also ich denke, ja. Also nicht dagegen arbeiten. So wollte ich das sagen. Ich denke, dass der Fokus, also die ganze Diskussion um E-Auto finde ich insofern ein bisschen schwierig, weil es, was ich vorhin eingangs gesagt habe, eigentlich viel schlimmere und viel größere Emittenten gibt auf dieser Welt, global gesehen. Und da spielt das Auto eine ganz, ganz kleine Geige. also die Politik täte gut daran, auch was diese ganzen Klimadiskussionen angeht, sich wirklich mal um die großen Verursacher zu kümmern, zuallererst, bevor man mit diesem kleinen Gedöns anfängt. Ja, weil das sind wirklich Luxus, das sind Luxusprobleme. Da habe ich schon mal gesagt, ein Diesel, generell der Verbrennungsmotor, den Entwicklungsstand, den wir heute haben, mit dem Verbrennungsmotor, der ist so hoch, du stellst dich heute hinter den 6D-Temp-Diesel, da kommt fast nur noch reine Luft hinten raus, das ist alles so effizient und so gut geworden und sind wir mal ehrlich, das ist jetzt zwar auch unpopulär und ich fahre auch gerne schnell, aber würde man auch mal vielleicht kleinere Motoren bauen, die nicht so viel auf der Pfanne hätten und vielleicht noch weniger verbrauchen, dann hätten wir vielleicht über alle Autos geschert, nicht einen Durchschnittsverbrauch von 5 Litern, sondern vielleicht könnten wir auch mal wirklich die 3 Liter erreichen oder die 3,5 Liter erreichen, wäre auch schon mal viel gewonnen, weniger Treibstoffverbrauch ist gleich weniger CO2-Ausstoß. also da ist noch viel, ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Beschäftigt euch wirklich mal mit den großemittenten Massenverhaltung, Transportgeschichte, Fliegerei, ist auch so ein Punkt, da passiert mir persönlich echt zu wenig. Ja, da fällt mir nur eins zu einem, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ist klar, ja. Oder ist es halt gegen den kleinen Mob zu gehen, halt einfacher. Also ich denke, es braucht einfach ein bisschen mehr Investitionen in andere Felder, ja. Das E-Auto hat auch seinen Anfang irgendwann gehabt und seine Entwicklung gehabt bis zum Stand, wo wir jetzt sind, und auch wenn wir jetzt andere Antriebe, sage ich mal, nicht als rentabel sehen, ob jetzt Wasserstoff oder welcher andere auch immer, mit genug Investitionen, denke ich, es werden die auf einen Stand kommen, wo wir denken, wieso haben wir das vorher nicht schon gemacht. Na ja, technologieoffend ist auf jeden Fall ein guter Ratgeber und wenn man sich mal überlegt, dass Elektroautos vor dem Verbrenner sehr populär waren und der Herr Porsche, soweit ich weiß, damals in der Wagenfabrik da bei Wien, das kriegt es jetzt nicht genau reproduziert, aber das erste Auto von Herrn Porsche war ja auch ein E-Auto. Man hat das halt nicht konsequent weiterverfolgt, aus Gründen kann man jetzt wieder die Verschwörungskeule raus holen, bin ich überhaupt kein Fan davon. Fakt ist, dass halt Öl einfach deutlich einfacher und diese ganze Verbrennungsthematik deutlich einfacher in der Umsetzung war, Punkt. Das war halt schneller und man konnte damit einfach auch viel mehr Geld verdienen, auf kurze Sicht gesehen. Hätte man von Anfang an vielleicht das E-Auto verfolgt, wären wir da heute auch schon weiter, keine Frage. Irgendjemand muss halt da Geld in die Hand nehmen und die Einzigen, die das Geld haben, sind halt Leute wie der Mask, die, sagen wir mal, ja, ihr eigenes Ding durchziehen. Aber, sagt man zumindest, dass er es hat. Ich habe mal gehört, er hat es gar nicht, aber ein anderes Thema. Ich denke, wir sind an einem guten Punkt angekommen, um das Thema abzuschließen, zumindest momentan, über die E-Autos selber und, sage ich mal, warum wir die E-Autos an sich als Auto hassen. Ich denke, das kommt irgendwann anders. Jungs, habt ihr noch was zu sagen zu dem Thema oder zu irgendwas anderem an die lieben Zuschauer oder zu Hörern? Nö. Nö. Wow. Mir fällt gerade nichts bei einem. Gut, dann bedanke ich, dass ihr zugehört habt bei dieser ersten Episode von dem Zündkerzen-Podcast. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themen, die wir besprechen sollten, dann schreibt sie gerne in die Kommentare und wir beantworten dann die Fragen vielleicht in einer kommenden Episode. Ich bin Jochen. Wir hören uns dann demnächst wieder. Servus. Ciao. Zum Abschied, sag ich leise. Scheiße. Scheiße. War das drum schon Surprise? Zum Abschied, sag ich leise. Ja, wo war es? Bis zum Abschied. Vielen Dank.